400 Meter Okay, bis jetzt ist es noch nicht so schwer 150 Meter Umwechung Wow, okay Komm, wiederholen wir Ja, ja Oh, 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 komm weiter, 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 bevor die Wand hier hoch Weiter, 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 weiter Was ist das denn? Okay, strange Boah, grad noch so Okay Weiter, weiter, weiter Nein Nein Fuck Komm, einmal versuchen wir es noch Einmal versuchen wir es noch Einmal noch Ja, weiter Wir sind so ein bisschen langsamer, aber Wurscht Absolut, wir kommen ja durch Ja, schneller Ja Hey, warum ist jetzt mein Ergebnis noch nicht mehr? Achso, das Wurde das Achso, ne, mein Ergebnis ist schon noch da, aber Das wurde jetzt von anderen übertroffen, oder was? Finde ich ja nicht so geil, er kommt lassen Müssen wir nicht ewig machen Halt aber kurz Hat ja für kurz gereicht 9000 Lungs hätten wir jetzt Und jetzt schauen wir nochmal ganz, ganz schnell Warte mal, das war doch die Tages Schau mal, die Tagesherausforderung schauen wir auch nochmal an Da gucken wir auch nochmal rein Na, weißt du Da haben sie eigentlich so 60 Sekunden Okay Hey, wo sind die? Ach, Gottes Willen Ich muss die Okay Okay Das ist ein, das ist ein, das ist ein Woah Yes Yes Oh Awa Ja Na, komm Yes Na, komm 9 Okay 10 Wurde das 1 Who Wir können... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, wir können noch mal, wir haben doch noch glückslose... Hallo, wo ist man? Ich rubbel mich. Ein Kuscheltier haben wir gewonnen. Und jetzt noch mal, komm. Und einen Kleinling haben wir gewonnen. Ach so, kann man auch Kleinlinge gewinnen. Okay. Rett der Aurora. Okay. Ein Kuscheltier freigeschaut. Schauen wir mal hin. So, mein Kuscheltier. Ach ja, die produzieren da solche Dinge, oder? Ah, und das produziert... Das produziert nichts, oder? Ach, viel geil. Ja, sehr schön. Die müssten wir halt irgendwann auch ernten. Denn, hau, regelmäßig. So, ähm... Wo haben wir? Hier haben wir die Heroes. Schauen wir mal rein. Und wir haben ja jetzt... Zack, nein, frei. Ach Gott, das ist ein Hesslorn. Ich glaube, es ist ursprünglich vorab, doch wegen des Missgeschicks. Das ist ein Missgeschicks. Das ist ein Missgeschicks. Also, stell mir den vor. Was der... Voll der Trottel ist. Also, voll... Nicht der Trottel, sondern... Ungeschickt mir nicht. Okay, hier brauchen wir 400. Dann müssen wir da alles freigeschalten. Da hinten war doch jetzt noch irgendwas. Back to Origins. Was war denn das? Guck mal. Jibberisch Jungle. Okay, schauen wir mal rein. Ich würde das jetzt alles so ein bisschen durcheinander. Okay, hier haben wir. Ach, die müssen wir freischalten durch die Glückslose. Kann das sein? Die müssen durch die Glückslose freischalten. Okay. Okay, das... Da haben wir ja auch was zu tun. Na ja, alle Dinge da freischalten müssen. Die da auch durch die Glückslose. Ach du Scheiße. Okay, ja, da haben wir da noch was vor uns. Ja, schauen wir erst mal hier rein. Team Z is in trouble. Was ist das nächste? Das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste... Bist du Castle Rock? Okay. Ah, jetzt fängt das an. What the fuck? Ach so. Okay. Wie geil ist das denn bitte gemacht? Ich halte jetzt mal einfach meinen Mund und... äh... sag einfach, genieß die Hintergrundmusik. Das ist ja mal sehr geil gemacht. 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 Wie geil. Wie ge... Also, ganz, ganz großes Lob an die Entwickler. Leck mich, Facts, war das geil. Yeah, 314 haben wir. Damit alles durchgeschafft. Achievement unlocked to rock the Coxie. Hat der gerade gay gesagt? Okay, das hätten wir uns auch freigeschubst. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen frei. Du hast diese Fünf-Glück-Glo-... Ach, Glückslose! Glückslose! Ich hatte jetzt irgendwelche Typen, die glücklos sind. Ach so, hey, Glückslose hat wirklich verdient. Weiter! So, dann öffnen wir mal. Wir haben sechs Glückslose... Glückslo... Hallo, wo ist mein... Da ist er. Du musst den Fall hassen, versucht, das ganz zu machen. So, probel mich. Back to Origins. Ja, schade, kein Back to Origins, sondern fünf Mitglungs. Na ja, aber... Nein, nicht da... Nein! Wollte ich eigentlich gar nicht... Wer wird da freigeschaltet? Was ist denn das? Wie ist da denn das? 70... Das muss man alles noch machen. Ne, aber ich wollte eigentlich... ...von meinen Glückslosen weiter... Hallo? Äh, jetzt. Back to Origins? Na, es wird kein Back to Origins. Doch, es wird ein Back to Origins! Achievement Unlocked, okay! Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Bei mir rechts oben wird es angezeigt. Also, und jetzt nochmal rum. Oh, Back to Origins? Ah, es wird Lums. Schade. Schade, schade. Wobei Lums ja auch nicht schlecht sind. Man muss halt schon wieder Lums. Aber das ist mal 1000. Ja, kommt nochmal ein Glückslosen. Origins, Origins... Origins! Ein Gemälde! So, es werden wahrscheinlich Kuscheltiere, oder? Oder, 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 oder? Ja, es werden Kuscheltiere. Ein Kuscheltier. Dann gehen wir gleich mal hin zu dem Kuscheltier. Was produziert denn das? Ah, das produziert auch Lums. Aber sonst hat hier noch keiner irgendwas weiter produziert. Nein, nicht. Schade. Schade, Schokolade. Gehen wir wieder raus. Zurück zu den Ursprüngen. Sieh mir dabei fliegen. Ah, ja, ist wurscht. Also, das hätten wir geunlockt. Ne? Den Jverisch-Jungle. Den hätten wir. Unlockt. Sehr schön. Machen wir den mal. Der dürfte nicht so lang sein. Weil der hat eh bloß... Boah. Ey, ey, ey. Aber ich hab... Nein, ich hab ihn nicht mehr bekommen. Boah, wenn wir das... Ich würde interessieren, was passiert, wenn wir das Kuscheltier... Oh! Wie geil! Wie geil ist das denn, bitte? Ja, und zu schießen gibt's. Ich weiß es. Nein! Ah, schade. Okay, sehr schön. Ja, ich hab ihn nicht mehr bekommen. So schön. Alter, der Lungs. Na, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Haben wir noch die Falz-Volumns? Boah, diese vier zusammen macht voll süchtig. Das ist X, um eins zu sein. Ach, wie geil! Na, na, na? Ne, ach so, das waren bloß Lungs. Okay. Umdringen kann ich mich nicht. Schade. Woa, 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 woa. Okay. Okay, okay. Ah, nehmen wir, nehmen wir. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach Gott, ich dachte, der saugt den auch noch ein. Schade. Aber bei den Fliegen hat er auch zwei auf einmal eingesaugt. Oh, Lenkraketen. Ja, das ist, das ist, was. Ah, sehr schön viel Lungs. Ja. Na, komm. Ich hab bisher noch keinen von diesen Vieren. Von diesen... Ähm... Von diesen Kleinlingen. Doch, einen, einen haben wir schon. Oh, das war das Ding. Sehr schön. Zwei haben wir... Oh, einen haben wir denn übersehen?